Einen wunderschönen guten Abend allesamt, hier jetzt live dabei sein oder natürlich auch gleich später das Video anschaut, irgendwann und mitmacht. Wir haben jetzt gleich vor uns 30 Minuten Fit in den Sommer, ja, die Temperaturen sind wärmer geworden und ich, ich bin der Andi, der Studioleiter hier im AJ, und wir können euch jetzt in dieser halben Stunde den Weg leiten bzw. den Motivieren, dass ihr ein bisschen was macht, für euch, für die Muskulatur und natürlich wieder was für die Kraft. Für das Gleichgewicht ist ein bisschen dabei, Koordination. Mich hast du das letzte Mal, letzten Montag auch, schon angedeutet. Ich mache heute auf alle Fälle sechs Bauchübungen. Jetzt sind wir heute mit dabei. Der Boris ist auch mit dabei. Schön, dass du mitmachst. Ansonsten, was gibt's noch? Sonst neu ist draußen, ja, die Temperaturen sind wärmer. Mach draußen auch Sport. Nutzt das schöne Wetter. Fangt aber langsam an. Wenn ihr laufen geht, schön gemütlich. Der Mark ist mit dabei. Ein Mark freut der Bauch, für dich auch. Also draußen, mach draußen Sport. Fangt langsam an. Wenn ihr beim Winterreden raus wart, dass ihr langsam eure Konditionen steigert und muskulaturkräftig und auftaucht. Ansonsten immer gerne bei uns mitmachen. Wir haben jeden Tag ein sehr schönes Programm für euch. Auch 30 Minuten, kompakte, schnelle Einheiten, wo man wirklich sehr, sehr gut seinen ganzen Körper trainieren kann. Liebe Jola ist auch noch dabei. Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Ansonsten, ja, der Mai kommt. Der Mai, der Mai. Drücken wir alle die Daumen, dass es gute Nachrichten gibt im Mai. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Die Übkampagne rollt nach oben und drücken wir einfach die Daumen, dass sich das ganze Loch mehr beschleunigt. Und dass wir mit der Saal nach unten kommen. Und vielleicht, gerade an dem Mai, in der Mai vielleicht die Perspektive, dass wir auch aufwachen dürfen und dass wir uns alle bald wiedersehen. Das wäre natürlich unser großer Wunsch und natürlich auch mein persönlicher Wunsch, dass wir uns hier im Gränkes alle zusammen wiedersehen. 18 Uhr. Musikbar. Ein bisschen lauter. Und mit allen beiden Stunden fangst du ganz locker am Ort an, bevor du willst ein bisschen zu laufen. Wirklich ganz gemütlich. Dein Tempo. Die Arme locker mitnehmen. Bleibst du auch draußen am Balkon. Den Nachbarn ein bisschen winken. Oder im Graten. Wenn du einen kleinen hast. Wasser dabei haben. Ganz wichtig. Trink, trink. Die Temperaturen wärmer werden. Versuch deinen Flüssigkeitshaushalt zu regulieren. Indem, dass du einfach ein bisschen mehr trinkst. Noch mehr als sonst. Ich stand jeden Tag locker mit drei Liter. Ich sag's auch immer im Studio. In meinem Stirn viel viel trinken. In der Früh vielleicht schon ein Glas Wasser. Nach dem Aufstehen. Gut, gut. Kein Körper. Auch ein bisschen nach vorne. Und zurück wieder. Wenn du Platz hast bei dir, wo du gerade bist. Ein bisschen nach vorne und zurück. Arme locker mitnehmen. Dein Tempo. Ganz gemütlich. Wir denken dir aber zur Seite. Kein Side. Die Seitewesel auch. Side Step. Oder zur anderen Seite. Wenn du nicht Platz hast. Mal vor. Zurück. Versuch ein bisschen vielleicht mehr Tidalik reinzubringen. Den Dirierungsumfang. Ein bisschen größer werden zu lassen. Der Dr. Müller ist dabei. Hallo. Fangen wir vor. Fangen wir vor. Lachen wir zurück. Fangen wir zur Seite. Wechsel. So. So. Mitte zurück. Heute auch. Ja. Ein perfektes Problem für die Männer. Ja. Ich hab mir noch ein paar Männernamen vorgelesen. Perfekt. Macht mit. So. So. Wir machen ein bisschen was Alternatives. Und zwar. Wir machen jetzt die Hebe. Und mit zwei Zwischenschritten. Ja. Mach es einfach so langsam vor. Die Hebe hoch. Eins. Zwo. Hoch. Eins. Zwo. Hoch. Das wird unser Rhythmus sein. Mach ein bisschen mit. Komm rein. Hoch. Niehebe. Hoch. 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 Hoch So, eins, zwei, vier Seiten noch, zwei, letzte Runde, und locker weiter, da, ich merke schon ein bisschen hier, Herzfrequenz, Atmung, alles hat sich ein bisschen nach oben entwickelt, gut so, so durchschnaufen, wir machen genau das Gleiche, Eddie ist dabei, Heidi, Claudia, Susanne, schön, dass ihr mit dabei seid, es ist gleich, dass wir Kniehebel aufgemacht haben, nochmal jetzt anversen, ich will dich mit unserer Seite, dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen, ich mache es nur kurz langsam vor, eins, zwei, anversen, eins, zwei, anversen, rein, hopp, hopp, eins, zwei, hopp, eins, zwei, hopp, drei Tempo, hopp, nimm die Arme aktiv mit, dranbleiben, 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 drei hier ist noch, zwei, letzte Mal, und locker aufgemacht. Herzfrequenz, ein bisschen nach oben gegangen, am ganzen Körper warm, Auslager ist schon ein bisschen mit dabei, so, wir machen das Gleiche, wir haben ein bisschen Angst auf Spanner, und zwar hier neben das Kiel, seitens nach außen und drehen uns dabei ein bisschen zu der Seite, ich mache es dir ganz langsam vor, komm das einfach wieder rein, und in den Rhythmus mit, gehen ein bisschen fort, ja, und zwar Knie nach außen, eins, zwei, Arme wieder wieder kundal mitnehmen, drehen ganz leicht, gleicher Rhythmus, Hüfte, Dreh nach außen, Knie hoch, Knie hoch, Movisation, ein bisschen auch von der Hüfte, Koordination, also auch dabei, Knie nach außen, Hüfte, Hüfte, geht in die Mitte, jede Seite noch drei, zwei, letzte Runde, Runde, gut locker halten, Mura, Tom, Füße, Trieben, Starnberg, Hi, schön, dass ihr dabei seid, durchschnaufen, eine Runde machen wir noch, und zwar gleicher Rhythmus, wir gehen noch ein bisschen, wenn Langlaufschritt, Skateschritt, ich habe es ein paar Inlineskate gesehen, und die Bewegung mitzielen wir jetzt, vielleicht war der eine oder andere Wind da und müssen langlaufen, ansonsten ein Inlineskate dürfen wir ja machen, krank mal raus, im Keller, am Dachboden, irgendwo im Schrank hinten drin, hast du bestimmt weg, macht echt Spaß, ich fahre da bei Kindern auch ein bisschen, und es macht echt Laune, ein bisschen zu cruisen, und diesen Schritt imitieren wir jetzt ein bisschen, gleicher Rhythmus, steig nach hinten, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, ein bisschen wechseln, nach einer Konzeption, schieb nach hinten, Oberkörper kommt leicht vor, schieb, 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 Letzte Runde. Wollen wir mal locker laufen. Ich schnaufe ein bisschen. Ich hoffe, du auch. Dann bist du genau richtig dabei. So, nimm gleich einen kurzen Schluck. Wir haben drüber gebrochen. Jetzt bin ich wieder. Wir haben jetzt 8 Minuten. Ich hab's nicht durch. Fangen wir weiter. Ein bisschen was für die Kraft. Ausdauer ist immer noch dabei. Wir machen einen Schritt zur Seite. Tief. Mitte. Sprung. Seitenwechsel. Tief. Mitte. Sprung. Tief. Hoch. Seitiger Step. Hoch. Seitiger Ausfallschritt. Hoch. Dein Tempo. Saubere Bewegung. Zehen zeigen nach vorne. Ah, ich schnaufe. Gut so, gut so. Dranbleiben jetzt. Tief nach vorne. Mitte. Sprung. Wechsel. Hopp. Nimmst du Heftiges. Du kannst dich auch noch abstützen. Mitte. Lass uns noch 5 mal durch die Mitte. Vier. Drei. Zwo. Hoch. Einmal noch wieder Sprung. Hopp. Sehr gut. Durchatmen. Durchschnaufen. Merz. Auch Oberschenkel sind jetzt schon gut mit dabei. Wir gehen in den klassischen Ausfallschritt. Ganz wichtig. Die Hülse ist gerade. Beide Zehenschnitte zeigen nach vorne. Und wir gehen tief in den Aufzug. Oberkörper ist auch recht. Wir gehen ruhig tief. Arme diagonal mitnehmen. Komm hoch. Mitte. Seite wechseln. Hoch. Wechseln. 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 Das ist eine ganz einfache Variante. Wenn wir dann da zum Beispiel zwei schwierigere Varianten machen. Als nächstes die ganz schwierige. Die ist komplett gestunden. Wenn du die schaffst. Kein Problem. Dann mach dir etwas weiter. Und ich zeige dich auch gleich noch. Oder eben die wieder gerade machen. Die so ein bisschen reinkommen. Dann machen wir jetzt ein paar mehr. Ausfallschlüsse. Zumübungen. Die ganze Beinmuskulatur. Sorry. Die ist voll mit dabei. Jeder Seite noch zwei Stück. Dann zeige ich kurz. Die zwei Varianten. Die zwei und drei. Die zwei schwierigsten. Oder zwei leichtesten. Also die der Mitte. Geht folgendermaßen. Hoch. Und wechseln. Leicht im Sprung. Vorne ist der Sprung. Vorne. Kurzer Trip. Und vorne ist der Wechsel. Ich geh langsam tief. Und die zweite Schritt. Zweitensprung. Hier ist die Mitte. Okay. Und jetzt kommt das schwierigste. Zwei Sprung. Den macht den Sprung im Wechsel. Schwierigste Variante, mit der Schnappeln. Versuch die schwierigste Variante, 10 mal jede Seite, dann die mittlere Variante, jeweils 10 und zum Schluss nochmal die ganz leichte. Versuch 3x10, dazwischen machen wir kurze Pause, müssen wir verschnaufen, dann wirst du es merken. Ready, wer mag, gesprungen, jeder Seite 10 Stück, geht tief und komm hoch, sprung, hopp, ein Hammer-Shop, komm, 3, 3, 4, 3, 5, 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 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, komm, 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 und komm, 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 super anstrengend, ja, Vorschenkel, richtig gut abfängst, die brennen, auch, Atmung ist tief, 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 durchschnaufen, durchschnaufen, wieder sammeln, zweite Runde, direkt von vorne, sehr schnell, mittlere Variante. Ready? Tief und vorne. Exel. Und vorne. Und vorne. First jump. Tief. Jump. Tief. Jump. Tief. Komm auf. Und tief. Und tief. Und tief. Woah. Wir können noch fünf mal hier. Fünf. Vier. Beißen. 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 Komm gleich. Zwo. Letzte Runde. Und noch hoch. Ausschütten. Lockern. Anstrengend. Gut anstrengend. Eine Stunde machen wir raus. Die leichteste von den dreien. Vielleicht bist du da schon gewesen davor. Kein Problem. Mach einfach nochmal mit. Dreifachen. Ruhiger. Fließende Rechse nochmal. Ganz bewusst nochmal. Hüfte stabil. Tief. 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 Und tief. Tief. Und tief. Tief. Schritt nach hinten. Beide Füge gleich belastet. Tief. 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 Hohe, halb zueinander, zurück. Jetzt reifen die beiden. Dann zwei Nimmungen. Super intensiv. Dann wird das wahrscheinlich innen, außen, in Stabilität übers Knie, obersteine, vorderseite, gesäß. Alles gut. Paket. Wir brauchen Mathe. Ersten drei Bauchnimmungen. Wenn du hast, Mathe dazu. Handtuch auf alle Fälle. Gut, wenn du gerade im Garten liegst. Auf dem Rasen, das ist auch wunderbar. Wenn du einen kleinen hast. So. Gehen wir auf die Rückenlage. Und dann basic Übung. Zack, weg dich ab. Fangen wir an. Beide wird kreuz, cross. Daumen an die Schläfe. Eine Seite weit. Diagonal. Von nach oben. Schulter gibt in die Richtung vor. Und hoch. Und hoch. Locker 20 Stück. Deiten. Oben ausatmen. Oh, ich schütze. Man merkt, der Sommerkampf. Der Frühling ist da. Die Blumen blühen. Überall. Die Stimmung wird einfach besser. Ich sag's euch. Das Frühwetter, das war noch ein bisschen zermürfend. Ich glaub, da hat man Schnee und dann Sonne. Und wieder Schnee und Regen und Sonne. Aber es war kalt. Und hoch. Oben ausatmen. Komm. Basic. Zum Reinkommen, ja. Fünf noch. Vier. Schulter wird er weglassen. Vom Boden. Zwei noch. Ein. Letztes Mal. So. Knie ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite. Drehen wir uns hin. Seitliche Position. Beine über Kreuz. Ob das Bein ist leicht vor. Die Hand an die Hüfte. Schau, dass du in einer Linie bist. Mit deinem ganzen Körper. Hüfte hoch. Ja. Oben spielt Musik. Wir müssen hoch. Das ist hier unten drin spüren. Ja. Und tief hoch. Und tief hoch. Und tief hoch. Und tief. Das ist scharfe. Das ziehen wir durch. Komm. Schön kick. Hoch. Oben. Oben müssen wir sein. Atme dabei wieder. Schrank jetzt halt. Der Sommer kommt. Wir gehen zum Bade. Vielleicht sogar am fünften. Auf geht's. Komm. Hoch. Fünf noch. Vier. Lande. Drei. Atme. Zwo. Einmal nochmal. Hoch. Und langsam zurück. Ich spüre es. Ich spüre es. So. Seiten wechseln. Andere Seite. Wieder diagonal. Komm nach oben. Schulter geht bitte mit uns Richtung Knie. Und hoch. Schulterblätter bleiben weg vom Boden. Und oben. Oben. Ausatmen. Und hoch. 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 Du solltest morgen, wenn du aufstehst, deine Beine spüren, deine Bauchoskulatur, und wenn du die nächsten drei Übungen, nach diesen drei Bauchungen, eine haben wir danach noch, auch richtig gut machst, hast du noch Arme, vielleicht sogar Brust, und den Rücken mit dabei. Drei. Fünf. Vier. Drei. Zieh dort. Komm. Komm. Hup. Und nach oben. Schön nach oben. Schön nach oben. Und tief. Knie ist auf der Seite. Beide auf diese. Zeitlicher Stürz. Unterarmstürz. Weit. Natürlich. Hast du da vorhin gesehen. Beine überkreuz. Körper in einer Linie. Andere Hüfte. Hüfte hoch. Und tief. Und tief. Und hoch. Okay. Wir machen wieder 20. Zehn schafft jeder. Na? Glück. Schafft. 15 Stunden. Ja, mein Spurs. Und dann. Du musst den Kopf einschalten. Und drüber gehen. Und noch ein paar mehr machen. Beim Training. Hier ganz wichtig. Seid frischer. So. Motiviere dich davor. Bereit dich mental auf dein Training vor. Und dann bis auch mal so eine halbe Stunde. Richtig gut. Fünf. Jetzt werken wir es. Gern? Vier. Drei. Zwo. Und noch mal. Hoch, 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 hoch. Und durchschlafen. Eine haben wir noch. Einen Bauch. Und zwei. Wir gehen in die Seine. Einen Sitz. Wenn du mal hier regelmäßig mitmachst. Dann kennst du die Übung. Beine kommen weg vom Boden. Arme auf. Und diagonal. Bewegen sich jetzt die Füße. Und die Arme zur Seite. Hai. Merke es richtig in der Baunuskultur. Von den zwei Übungen davor. Rücken ist stabil. Ganz wichtig. Es wird den Arme zu schwierig gehen. Sonst stützt dich ab. Wir legen nur die Beine zur Seite. Das ist leichter. Wieder seit noch fünf. Atmen. Atmen. Einmal noch. Hup. Komm hoch. Da waren wir schon gut im Ziel. Wir haben noch drei Korns. Da vorne haben wir drei Bungen im Stütz. Stütz ist natürlich auch wieder. Schulterbereich dabei. Und auch die Baunuskultur. Nächste Übung könnt ihr euch gestalten. Schwierig. Leicht. Oder auch sehr schwer. Zum Zweiten. Du machst einen Unterarmstütz. Oder du machst einen breiten Liegestütz. Und wenn du magst, mach es nur noch einen richtigen Liegestütz verbunden mit dazu. Ich fang so an. Ich schau mal gleich, ich komm. Und zwar einmal weg vom Boden. Knie zur Seite raus. Und wenn du magst, geht noch tief. Und komm wieder hoch. Beine wechseln. Schwierigste Variante. Also du bleib im Stütz. Einfach nur von mir. Seitlich. Ziehst du dich her und schön hoch. Und du hast wieder schön die Baunuskultur dabei. Geh mir zur Hälfte gehen. Legge den Unterarmstütz. Und mach hier einfach weiter. Wichtig ist, du bleibst und dann bist du den Stütz. Ich komm noch mal zu den positiven Liegestützen. Auch noch mal jede Seite für ein Stück. Vier. Durchhalte. Durchhalte. Komm. Wenn du halbende Liegestütz gehst. Auch gut. Festen da unten. Dann komm wieder die Seite noch einbauen. Durchhalte. Durchhalte. Schnaufen. Nur schnell was weg. Ich hab so durch. Obwohl ich bestimmt schon drei Gänzeige drungen habe. Aber durchs Regen natürlich noch zusätzlich. Prost. Zwei machen wir noch mit dem Stütz. Wir gehen enger zusammen. Ich fahre jetzt breit mit dem Stütz. Gehen wir jetzt eng, enger mit dem Stütz. Schulterhöhe in den Bereich. Und zwar jetzt nur die Knie zu den Herzen. Mitte. Streck. Mitte. Dimmel-Temp. 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 Halt ein Stütz. Schultern sind mit dabei. Wir stützen jetzt. Von der Schulterbereich. Auf der Baume ist der Pei. Oh. Und da haben wir dann noch drei Baugenugen. Komm, ihr seid noch fünf. Fünf. Vier. 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 Drei. 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 Zwo. Zwo. Letztes Mal. Komm. Hexe. Ui. Durchschnuppen. Durchhalten. Ein Stück machen wir noch. Den schaffen wir. Dann haben wir genau Zeit. Die letzten drei Baugungen. Heute ziehen wir das richtig durch. Und dann wird das was. Ein Sixpack. Dann gehen wir den breiten Niedestütz. Wir müssen mehr auseinander gehen. Weg von den Schultern. Komm, wieder hoch. Ja, noch mal. Du hast die Beine. Hoch. Vorher ein paar Minuten Zeit. Zieh dein Bein nach hinten oben. Zehenspitzen anziehen. Und wechseln. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und du rück bist auch auf der Hei. Wenn du hochziehst, spürst du den. Unterstützt euer Öl. Leg den guten Schultern. Bauch ist immer noch fest. Ganz wichtig. Hoch. Vier Seite noch. Drei. Atme dabei. Vier Seite. Zwo. Und hoch. Letzte Runde. Jeweils noch einmal. Und ein letztes Mal. Hoch. Und tief. Und tief. Jetzt kommt mir das nach hinten kreisen. Hier war ein Scoop mit dabei. Glänze. Ich trage da eh schon immer. Hier. Wenn du deine Nase tropfst, schauss ein bisschen runter. Wenn es bei dir genauso ist, perfekt. So. Wir haben noch drei Nachminuten. Drei Bauchboden. Kopfsache. Jetzt zieh nochmal an. Leg dich nochmal ab. Hände zur Seite. Und jetzt die Fersen. Wir haben die Beine nach oben gestellt. Hände. Ferse hoch. Und tief. Einen kleinen Lift. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Hoch. Unterbar. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Hoch. Wenn du es magst, kannst du zusätzlich noch einen Grund machen. Wenn du siehst, kannst du sieben. Und hoch. Und hoch. Acht. Haft mal. Komm. Na bleib. Sieben. Und noch mal. Fünf. Vier. Fünf. Nächste. Nächste. Oben haus. Komm. Ein. Letztes Mal. Weiter. Zwei. Du kannst nochmal ankommen machen. Du kannst darauf die Hände nach hinten nehmen. Komm. Und tief. Hoch. Und tief. Keine Bewegung. Schulterbett nach hinten. Bleib weg vom Boden. Ich spüre es jetzt, aber nur mit dem Untenbett. Hoch. Hoch. Und hoch. Und schieb. Und schieb. Komm, fünf wieder. Zieh durch, zieh durch. Nach oben, nach oben. Hoch. Drei. Zwo. Einmal nach oben. Letzte Übung, letzte Übung. Wir schaffen nochmal. Stell die Beine nochmal auf. Weg vom Boden. Nehmen jetzt die Arme nach vorne. In 50 фин dazu. Und schieb, nach oben. Fingerspekt! Dann schieb, schieb, schieb. 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 Zwei nuevo. Schieb. 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 Und vor. Nochmal wechseln. Zur Seite. Mitte. Und wechseln. Bleiben wir noch für die Mitte. Komm, hoch. Zweimal. Letzte Mal zur Seite. Mitte. Letzte Mal. Bleiben wir kurz oben. Halt nochmal. Langsam. Zurück. Perfekt. Wenn du das zweimal, vielleicht dreimal die Woche machst, fängst du den Urlaub, vier Wochen oder danach, ist gesichert. Sag es euch. Flacher Bauch am See, am Strand. Wir sind dabei. Ganz locker. Die Beine sind nach rechts und nach links. Bewegen. Die Beine. Die Kulatur atmen. Beine noch. Ablegen. Arme nach hinten strecken. Zieh mal ganz lang. Arme ganz lang. Beine nach hinten. Beine nach hinten. Dass du mal hinter dir hast. Geil. Dann hast du da gespülen. 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 Begeister. Sechs, Musku Natur. Komm heraus dabei gehabt als heute. Ausfuhrschritt. Hier, wo du ruhig warst, nicht von dem bösen Seitenwechsel. Röseln, zieh die Klappe hochhellen, schön ein bisschen kreisend, auch wenn wir locker werden, haben wir auch etwas gemacht, Stütz und die Gestütz. Und dann ziehen wir erstens noch zur Seite hin. Wir haben natürlich auch ein Programm, das ist die liebe Andrea, und zwar, zum Beispiel genau 18 Uhr, Box & Style, die erste Stunde, und wenn er dann noch Power hat, 18.45 Uhr macht den Bauch und den Po. Andrea macht eine Sensation. Kein Verwerbsens empfehlen, gucken wir mal nach vorne umziehen. Okay, richtig los, super. Fühlt nochmal locker kreisend an. Ansonsten sage ich von meiner Seite vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, auch wenn ihr später den Kurs macht auf YouTube, könnt ihr ihn immer anschauen. Bleibt dabei, bleibt aktiv. Passt euch auf, euer Immunsystem stärken, stärken, stärken. Das ist ganz wichtig in der aktuellen Zeit, in der wir wissen. Schauen wir nach draußen, die Sonne scheint, diese positiven Stimmung, die wir draußen haben. Versucht mit dieser Stimmung durch die Woche zu gehen, durch jeden Tag, durch jede Stunde, durch jede Sekunde. Und mit diesem Strahlen, mit diesem Lächeln, das ihr in eurem Gesicht habt, werdet ihr auch irgendwie auch so einen Strahlen zurückbekommen. Da habt ihr euch ganz sicher. Wer Lust hat, nächste Woche natürlich wieder bei mir, 18 Uhr, Fütte mit Sommer. Und mit diesem Sinne. Angels Fitness. Der Ego ist der Ego. Der Ego ist der Ego. Ciao.